Liebe Zuschauer, vor zwei Wochen hat uns unser Freund Soykan aus der Türkei erzählt, dass man in der Türkei sagt, komm, wir zahlen wie die Deutschen, wenn man sagen will, dass man getrennt zahlt. Daraufhin haben wir angefangen zu diskutieren, welche Sprichworte gibt es noch in der Welt, die Deutsche oder Deutschland beinhalten. Und wir haben euch gefragt. In der Community-Section auf YouTube habt ihr uns sehr, sehr, sehr viele Sprüche geschrieben. Und ich lese heute diese Sprüche Janusz vor. Er hat sie noch nicht gelesen. Janusz, bist du bereit? Ja, ich freue mich schon. Toni aus Bulgarien schreibt, in Bulgarien sagt man, as punctual as a German. Ja, das ist sehr populär, populäre Meinung, dass die Deutschen sehr pünktlich sind. Sie sind eigentlich gar nicht so pünktlich, aber sie sind schon stolz darauf, pünktlich zu sein, auch wenn sie es nicht sind. Nein. Mohammed schreibt, in einer Sprache, die ich nicht kenne, Katwan Falksi Almani, you look like a German, heißt in dieser Sprache, you look amazing. Ah, toll. Außergewöhnlich. Ja, im Polnischen gibt es auch einen Spruch, das bezieht sich auf, man sagt, der Teufel, der erscheint, der ist nach einer deutschen Mode gekleidet. Aber dabei ist diese Friedrich der Große Mode, diese 17. Jahrhundert Mode gemeint. Also da sehen die Deutschen wie der Teufel aus. Ungefähr, ja. Und das ist ein krasserer Beitrag. Albania was invaded by Germany in the Second World War and the Germans would cause a lot of death. And people would run to escape death. And even today people still say, don't rush, no German is chasing you. Ja, das ist traurig im Grunde. The word for gibberish in Finnish is Siang-Saksa, Piks German. Also wenn man auf Finnisch sagen will, ich verstehe nur Bahnhof, sagt man, ich verstehe nur Piks German. Was bedeutet Piks? Ja, Schwein. Ach, Piks. Schweinedeutsch ist quasi der Begriff für etwas, was man nicht versteht. Aha, okay. Alexandra schreibt, what's good for the Russian would kill the German. Das ist bestimmt wieder Wodka gemeint, oder? Der ist interessant. Jookyun schreibt, Koreaner sagen Arbeit und es wird auf Koreanisch auch Arbeit ausgesprochen, aber es bedeutet in Koreanisch Teilzeitarbeit. Also der Koreaner benutzt das deutsche Wort Arbeit, um Arbeit zu bezeichnen, die nur zur Hälfte, also nur Teilzeit ist. Und was ist die deutsche Referenz jetzt dabei? Nein, es hat was mit der koreanischen Arbeitskultur zu tun, dass die, also die deutsche Arbeit ist nur die Hälfte von dem, was der Koreaner macht. Wow. Die Koreaner arbeiten wahrscheinlich nicht zu viel, vermute ich. Schreibt mir gerne, wenn es anders ist. Norman schreibt, in Singapur heißt, nennt man einen Furz, German Gas. Oh, das ist lustig. Weil die, viele Deutschen machen sich da nicht wirklich so viel draus, ja. Und Furzen? Ja. Was? Habe ich schon so öfters erlebt. Was? Ja. Und komischerweise in Polen sagt man auch, der Deutsche furzt am Tisch und dann verlässt er den Raum. Ich habe nie verstanden, warum es lustig ist. Wahrscheinlich halt diese abstrakte Gedanke. Das sagt man in Polen? Ja, dass er, nicht nur, dass er furzt, sondern dann, quasi, lässt er die Leute mit seinem Furz noch da sitzen. Und, äh... Gott, wie traurig ist das? Ich weiß es nicht, ja. John Mark sagt, in Greece, where military service is obligatory, the night shift between two and four a.m. is called Germanico. Oh, nein. Ja. Ich verstehe es nicht ganz. Also, die schlimmste oder die schwierigste Zeit des Tages ist deutsch. Ja. Ja, im Sinne von, ähm, hart. 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 Nicht einfach auszustehen. Wenn wir einen schlechten Tag im Brasilien haben, sagen wir etwas wie, dass jeder Tag 7 zu 1 ist, wegen dem wunderschönen Spiel. Das Fußballspiel. Ah. Deutschland hat 7 zu 1 gegen Brasilien gespielt. Ich war dabei. Ich habe es gesehen. Es war ein sehr großer Tag in Deutschland. Ja, das war auch ein großer Tag für uns, weil wir jemanden interviewt haben, der das vorausgesehen hat. Also, die Brasilianer erinnern sich immer noch, immer, wenn es ihnen schlecht geht, erinnern sie sich an dieses schlechte Spiel. Ja, muss, muss aber nicht. Ist doch scheißegal. Nein! War nur ein Zufall. Die Deutschen verdienen das nicht. Brasil. Ja, hoffentlich. Maugru schreibt, I have a good one. Requires some explanation. In Poland it is quite popular to buy a used German brand car. We have some companies, which bring a car from Germany, from the German owner to the Polish customer. Sometimes private Polish owners are selling their own German cars. So when the seller wants to stress out that the car is really good, often he says the German cried while selling. Ja, ich kenne das auch. Wie heißt das auf Polnisch? Niemiec płakał, jak sprzedawał. Which means the car is so great, that the quality lover Germans don't want to let it go to someone else. Ja, ja. Es gibt sehr viele Memes darüber. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Vincent schreibt, in Haitian Creole we have the expression maun sa son quall al mann. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Which translates, this person is a German horse, meaning that a person has a big butt in a muscular way and is also tall. Wow. Also, in Haiti wird eine Person mit einem großen Arsch Deutscher genannt, deutsches Pferd. Ja, toll. Ist das jetzt ein Kompliment? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube schon, aber diese Ästhetik entgeht mir quasi, aber es ist interessant zu bemerken, dass, aha, da gibt es andere ästhetische Empfindungen und so, sehr schön. Ja. 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 Dwarb. Also, ja. Aha. Wenn jemand ihn schlagen kann, dann wird sich in Deutschland das Metall verbiegen. Wow. Ja, aber deutsche Qualität war sehr lange richtig berühmt und bekannt. Das Witzige ist, ich habe das letztens in einer Dokumentation gesehen, das dieses Made in Germany. Ja. Das wurde eigentlich von den Briten eingeführt, um eigentlich die schlechte Qualität zu kennzeichnen, von Messern, die nach Deutschland importiert wurden. Und sie wollten damit quasi die deutsche Qualität labeln, damit die Leute das nicht verwechseln mit der guten englischen Qualität. Ja. Und dummerweise hat sich das ausgerechnet durchgesetzt als ein Qualitätszeichen. Ja. Prima. Bis heute offensichtlich in aller Welt populär. Deutsche Qualität. Fassen wir zusammen. Deutsche sind dafür bekannt, dass sie angeblich hart arbeiten, was gar nicht stimmt. Dafür, dass sie angeblich pünktlich sind, was auch nicht stimmt. Nicht unbedingt. Und dass sie viel Scheiße im Krieg gemacht haben, was stimmt. Ja, ja, das wollen wir nicht relativisieren. Ich fand das sehr interessant, Janusz. Ich fand das auch sehr interessant. Ich fand es vor allem interessant, dass uns Leute wirklich aus der ganzen Welt geschrieben haben, von Kasachstan bis Haiti, von Brasilien bis nach Finnland und Südafrika. Und überall gibt es irgendwas, was irgendwie ein Bild ist, was man mit Deutschland verknüpft. Finde ich super spannend. Ich auch. Es wundert mich aber nicht. Ich kann mir vorstellen nämlich, dass es genauso viele Ausdrücke gibt mit Franzosen, mit Engländern, mit Norweger, mit Finnen. Weil jede Nation hat sich irgendwo bemerkbar gemacht, in irgendwelcher Lage, oder? Ja. Aber die Deutschen sind schon ein riesiges Zivilisationszentrum. Eins der vielen anderen, aber an sich auch eine sehr starke Geschichte, starke Nation, ja. Willkommen im Zivilisationszentrum Deutschland. Ist ja so. Wir denken ja eher so geschichtlich, was war im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Jahrhundert. Und da war Deutschland unheimlich stark mit der Industrialisierung und mit der Wissenschaften, die dann Bedeutendes geleistet haben. Und sehr viel davon kommt aus Deutschland, ja. Dankeschön, Janusz, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht? Es hat mir Spaß gemacht, ja. Das kam überzeugend drüber und jetzt freuen wir uns auf eure Kommentare. Schreibt uns doch mal hier unten, ob ihr noch andere Sprüche kennt mit Deutschen oder ob ihr vielleicht eine Meinung habt zu dem, was wir vorgelesen haben. Und wir freuen uns diese Woche ganz besonders, wenn ihr unsere App Seedlang noch ausprobiert, wenn ihr Lust habt, damit weiter Deutsch zu lernen. Dort könnt ihr unter anderem Vokabeln lernen und zwar auf eine strukturierte Weise. Wir haben einen Vokabeltrainer mit über 4.500 Vokabeln und ihr könnt den durchgehen, könnt dort verschiedene Übungen machen zu den Vokabeln und immer wieder diese Vokabeln in einem bestimmten Abstand trainieren, sodass sie wirklich in eurem Gedächtnis bleiben. Rotiert das mal aus und lasst uns einen Kommentar da. Danke fürs Zuschauen. Danke. Ich bedanke mich auch. Und bis nächste Woche. Tschau. Tschüss. Das war Janusz Amerski und seine Imitation einer technischen Störung. Mit 20. Aus Polen. Tschüss. Vielen Dank.